Gunderbar! Also viele wahrscheinlich, ne? Wirklich, ich bin begeistert. Ich bin begeistert und ich könnte, obwohl es sieben Tage die Woche war, ich könnte das noch drei Wochen durchziehen. Das ist überhaupt kein Problem für mich gewesen. Es war wirklich phänomenal. Das ist keine Spielerei oder sonstiges. Es war überwältigend für mich. Ich heiße Özlem Kilic, ich bin 41 Jahre alt, ich bin Mutter von drei Kindern. Zurzeit befinde ich mich im Erziehungsurlaub und wollte die Zeit nutzen, um mich weiterzubilden. Ich habe eine Ausbildung als Systemcoach und Trainerin gemacht. In diesem Kurs habe ich festgestellt, dass ich sehr gut mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann, also besser als mit Erwachsenen. und deshalb habe ich mich für die EPI entschieden. Also die Übungen, die ich gemacht habe, habe ich bei meinen Kindern ausprobiert. Die sind wirklich überwältigend. Meine Tochter hat eine Spinnphobie gehabt und ich habe mit ihr die Übungen gemacht. Das war phänomenal. Also sie hat wirklich keine Angst mehr vor Spinne und sie ist danach wirklich losgegangen, um nach einer Spinne zu suchen in der Wohnung. Obwohl sie würde sogar nackt aus dem Bad rauslaufen, wenn da eine Spinne wäre. Ja, wirklich. Und für mich selber habe ich herausgefunden, es sind unheimlich tiefsitzende Blockaden, auf die Idee kommt man gar nicht, dass es solche Blockaden gibt. Und ich konnte das in der Woche hier lösen, sodass ich mich selber freier und wohler gefühlt habe. Die Atmosphäre ist sehr lebendig, sehr schön. Obwohl hier 50 Menschen in einem Raum sind, fühle ich mich nicht bedrängt. Also die Atmosphäre ist total locker. Ich fühle mich wohl. Ich muss dazu sagen, ich habe die Woche, als wir sieben Tage durchgehend diese Schulung hatten, ich habe am Freitag umgelungen, ich musste dreimal auf mein Handy gucken, und wir wirklich Freitag haben. Die Zeit verging so schnell. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Ich glaube, heute ist doch eigentlich Mittwoch. Dabei war es schon Freitag. Also die Zeit vergeht so schnell und man lernt hier so viel, auch von sich selber so viel. Das ist überwältigend. Ich fand es überwältigend. Über Daniel Pasch kann ich nur sagen, er ist ein Vorbild für Menschen, die wirklich Seminare geben sollten. Also er ist phänomenal. Er ist wirklich, er zieht einen mit in seinen Bann. Er hat so eine positive Ausstrahlung, dass man mitgerissen ist. Und seine spaßige Art, das macht es alles viel einfacher zu lernen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.